in jedem gut sortierten amerikanischen haushalt gehören genau vier sachen das eine ist der klassiker die winchester lever action rifle kaliber 30 30 das zweite ist der einbrecher schreck die vorderschaft repetierflinte kaliber 12 das dritte ist die gute alte colt 1911 das vierte das will ich euch gerade zeigen viel spaß dabei der vierte gegenstand der in jeden gut sortierten amerikanischen haushalt reingehört ist im regelfall eigentlich ein mitbringsel der älteren generation aus dem zweiten weltkrieg die sie mir nach hause gebracht haben die rede ist hier von luger 08 oder auch die luger parabellum gemeint ist dieses gerät konstruiert ende 1800 wurde primär bei der waffen ss soweit ich weiß bei den offizieren der wehrmacht auch mit eingesetzt wie auch bei der polizei die luger p08 ist eine sehr sehr interessante kurzwaffe ich will euch mit geschichte nicht langweilen aber dieses modell hier ist weil man das sehen kann laut stempel vom baujahr 1920 aus einer dwm fertigung deutsche waffen und maschinenfabrik ich habe jetzt ein paar mal schießen können sie schießt sich sehr sehr schön also ich bin echt angenehm überrascht das besondere an dieser waffe oder an dieser waffen konstruktion spricht der luger 08 oder luger parabellum pistole ist halt einfach die art des verschlusses wo wir bei der normalen kurzwaffe normalen pistole colt 1911 beretta cz 75 und so weiter den üblichen schlitten haben der sich vor und zurück bewegt haben wir hier eigentlich ein meisterwerk der technik für die damalige zeit und zwar dieses sogenannte kniegelenkverschluss das heißt der schlitten ist im grunde genommen dieses bauteil das über ein sogenanntes kniegelenk das heißt ihr seht hier geht es hoch dann nach oben geht und damit die kammer öffnet und wieder zurück geht ist eine sehr interessante konstruktion und für die damalige zeit muss man ganz ehrlich sagen konstruktiv echt ein meilenstein interessant finde ich halt auch das ist durchaus das was mich immer wieder ein bisschen irritiert bei dieser waffe wenn man schaut wir haben hier ein eine winzig winzig kleine kimme die auch noch in dieses kniegelenk eingearbeitet sei es immer dann wenn repetiert wird gibt diese natürlich auch mit weg und vorne dann ein entsprechend hohes korn das aber auch nicht getauscht werden kann das im lauf mit eingearbeitet ist ob diese 08 nummern gleich ist oder nicht muss ich ganz ehrlich sagen weiß ich nicht da lege ich persönlich aber auch keinen wirklichen wert drauf da ich mit diesem gerät eigentlich hier und da mal schießen möchte und es nicht eigentlich nur aus sammlerzwecken habe aber trotzdem wie gesagt in jeden gut situierten amerikanischen haushalt gehört das hier auf jeden fall mit dazu hier gleich noch ein paar eindrücke vom schießen mit der waffe die ich mir letztes mal aufgenommen habe viel spaß dabei ja 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 ja